Hallo, Mama. Wieder eine Zivilisation, wo ein bisschen mehr ist. Oh nein, sie hat rote Haare. You are Brian. Arrrr, Brian. Man kann sich einen Rucksack bauen? Das ist ja cool. Backpack-Rucksack. Ja, in den Streichelzoo. Ich streichel die kleinen Schäfchen. Oh, ein kleines Schaf ist rausgekommen. Hallo, kleines Schaf. Oh, das ist süß. Oh, ich hab's geschoren. Nee, da ist noch ein kleines Schaf rausgekommen. Oh, die sind süß. Danke, Mama, dass du mich in den streichelst. Oh, hier ist ein totes Schaf. Was soll das denn? Mama, wieso ist die ein totes Schaf? Oh Gott, ich will, was sie sehen. Mama, Mama, bitte drück mich. Danke. Ja, ich bin groß genug. Okay, danke, Mama. Thanks. Ich mach mich dann mal auf die Reise. Danke, Mama. Zumindest in einem Leben möchte ich einen Korb hinbekommen. Ich hatte eigentlich viel größere Pläne, aber irgendwie komme ich hier immer zunächst. Ich sterbe immer am gelben Fieber. Am gelben Fieber, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Ich bin nicht zum Leben geeignet. Hallo, nimm mal da was. Wie kann ich denn da was rausnehmen? Hä? Da ist doch was drin. Nein, ich will nicht schon wieder sterben. Oh Gott, ich sterbe schon wieder. Es funktioniert einfach nicht. Da sind doch Sachen drin. Ich konnte die Sachen nicht rausnehmen. Okay, Leute. This is the life. This is the life. Diesmal sind wir nämlich ein Mädchen. Und als Mädchen überlebt man bestimmt viel, viel besser. Hallo, Mama. Ja, mein Pferd. Haben wir doch nicht. Ist ein Wildhaus. Aber es ist... Jetzt ist es weg. You are Toria. Ja. Sind wir hier ganz alleine? Mama. Die hat schon voll den Plan, was sie tut. Die wuselt hier die ganze Zeit hin und her. Guck mal. Smaller Wing Tinder. Was ist... Ach so. Ah, eine Feuerstelle macht sie. Oh, ich verbrenne hier. Eine Feuerstelle macht sie. Voll interessant, so zuzugucken. Was? Da war ein Seehund. Wie ist es hier einfach ein Seehund? Ein antarktischer Seehund. Okay, danke. So, ich suche mir selber was zu essen. Ich kriege das hin, Mama. Ich kriege das hin. Ich kriege das irgendwie hin. Oh Gott, wo ist sie hin? Mama? Mama? Hallo? Hallo? Oh nein, ich habe meine Mama verloren. Oh, scheiße. Da oben. Mama, 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 Mama. Du musst mich trotzdem füttern. Du musst mich trotzdem füttern. Mama, du musst mich trotzdem füttern. Mama, bitte fütter mich. Bitte fütter mich. Oh Gott, hier ist... Okay. Huh. Okay, so, cool. Wir sind in einer neuen Zivilisation. Zivilisation kann man das nicht wirklich nennen, weil wir nur zu zweit sind. Aber das passt schon. So, jetzt müssen wir einfach nur einen Stein finden. Ich finde das sogar besser, wenn ich in so einer Mini-Zivilisation bin. Vielleicht geben wir sogar Birth to a Child. Aber jetzt können wir hier erstmal irgendwas mal machen. Wir haben endlich mal so einen komischen Stein und können uns unsere Möhren selber hier zurecht machen. Geil, ey. So, uns geht es doch hier eigentlich ganz gut. Ich glaube, unsere Mutter, weiß ich nicht, müssen wir zurück zu Mama? Ich bin mir nicht sicher, da hatten wir jetzt nicht so viel tatsächlich. Aber ich würde trotzdem gerne mir ein Basket machen. Basket ist, glaube ich, das Beste. Aber wir haben hier richtig viel Essen. Das ist geil. Richtig viele dieser Möhren. Also verhungern sollte ich hier, glaube ich, diesmal nicht. Und Mama war richtig lieb. Hat uns... Wie hat sie uns eigentlich genannt? Toria. Wir sind Toria. Ein richtig schöner Name, wie ich finde. Auch so ein bisschen königlich. Können wir eigentlich den Hasen töten? Sterb! Kartoffel? Ne, er ist geflohen. Sterb, Pinguin? Ah, schade. Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst vor dem Seehund tatsächlich. Ja, na endlich! Wir können einen Basket machen, Leute! Hier. Das plus das. Zack! Ich habe meinen ersten Basket gemacht im vierten Leben! Ja! Das ist schon so ein kleines Erfolgserlebnis. Jetzt können wir da nämlich Sachen reintun. Ja, unser erster eigener Basket. Ich glaube, meine Mama werde ich nie wiedersehen, aber das passt schon. Wir bauen jetzt unsere eigene Zivilisation auf, Leute. Das kriegen wir hin. Wir sind eine Frau. Uns geht's gut. Was ist das? Ein Zeppling. Für was? Ah, haben wir einen kleinen Stock da rausgeholt. Macht man damit Schönes? Squir und Squir. Knitting Needles. Oh, dann können wir was stricken, wenn wir noch so ein Teil finden. Oh, das wäre natürlich cool. Hier haben wir noch so ein Milkweed. Wenn wir die beide jetzt zusammenlegen, dann kommt da raus ein Thread. Und zwei Threads ergeben einen Rope. Oh, wir können uns gleich eine... Nein, oh, bitte nicht. Oh, wieso habt ihr mich gestochen? Nein, ich will nicht wieder den... Oh Mann, hier sind immer diese Viecher. Oh, warum? Ich hätte mir fast eine Axt machen können. Oh, jetzt verhungere ich wieder. Was soll ich machen, Leute? Ich verhungere. Muss ich mir das irgendwie abwaschen? Oh. Es funktioniert nichts, wenn man dieses Hunger... Wenn man diesen Fieber hat. Oh Mann. Mir geht's wieder gut. Mir geht's wieder gut. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Bitte nimm das einfach. Oh, danke. Oh, ich bin das erste Mal nicht an dem Fieber verreckt. Oh, danke, danke, danke. Da gehe ich nicht nochmal hin. Das ist ja schlimm. Das ist ja super kacke. Also gelber Fieber wünsche ich niemandem. Ohne Witz. So, jetzt bringen wir die zusammen. Und jetzt muss ich den zweiten Rope von hier hinten nochmal holen. Ich hoffe, die stechen mich nicht nochmal. Nein, nein, nein. Die sind gefährlich nahe da oben. Okay, man muss auf jeden Fall auf diese komischen, blöden Insekten aufpassen. Und wenn wir die jetzt aber zusammenpacken, dann haben wir so einen Rope. Und wenn wir das Rope mit dem Stein zusammen... Das funktioniert nicht. Ich glaube, aus dem Teil können wir auch was machen. Wenn wir das jetzt mit dem Sharpstone ein bisschen kleiner machen... Ich glaube, noch ein bisschen kleiner. Genau so. Und jetzt den Short Shaft mit dem Rope zusammen. Geht auch nicht. Rope plus Short Shaft, ja. Rope plus Short Shaft. Ah, so. Und das jetzt mit dem... Hä, muss das in der Reihenfolge richtig sein oder was? Wir haben eine Axt gebaut. Ja! Wir haben es geschafft, Leute. Endlich haben wir eine Axt gebaut. Ich bin so stolz auf uns. So, und mit der Axt können wir doch jetzt garantiert ein Baum fällen. Nicht? Da ist Holz. Das nehmen wir mit, Leute. Da haben wir unser Holz. Wir machen uns jetzt ein eigenes Lagerfeuer. Das kriegen wir hin, oder? Komm, das kriegen wir irgendwie hin. Irgendwie schaffen wir das. So, das legen wir da hin. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Doch, da, da haben wir, da haben wir Feuerholz hier. Kindle. Kindling-Pile. Guck mal, wir werden schon richtig groß. So langsam kriegen wir auch Brüste. Wow. Ein Glück sieht uns hier keiner. Da haben wir noch so einen Stock. Dann haben wir zwei davon, ne? Dann können wir uns jetzt was stricken. Wenn wir irgendwie Wolle oder sowas finden. Ich glaube, das hier wird mein bestes Leben. Beste Leben, Leute. Richtiger Ehrenmann. So, die zusammen. Ja, jetzt haben wir Knitting-Needles. Knitting-Needles. Oh. Nein, unser erstes Baby. Hallo. Hallo, Baby. Äh, you are Gustav. Hallo, Gustav. So, wir haben unser erstes Baby. Und wir haben halt noch gar nichts. Hoffentlich können wir uns ein bisschen helfen. Ähm. Shit, wieso habe ich denn jetzt... Ich komme noch nicht mal selber klar auf mein Leben und habe jetzt einfach schon ein Baby. Das geht doch nicht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich fange genauso an wie meine Mutter. Wenn der mich auch verlässt, dann weiß ich nicht, wie das hier alles werden soll. Ach, Gustav. Du bist ein guter Junge. Du bist ein guter Junge, Gustav. Bitte wird schneller wachsen. Der muss dich auch denken. Oh nein, wo bin ich denn hier reingeraten? Jetzt ist er doch schon groß. Wieso will er die ganze Zeit gefüttert werden? Ist ja nervig hier mit Kindern. So, jetzt kannst du selber leben. Jetzt hast du Haare. Genau, mach mal was. Sehr gut. Sharpstone plus das Ding. Dann haben wir... Oh, wir können uns daraus bestimmt einen Bogen bauen. Oh cool, dann können wir gleich mal so einen Pinguin fangen oder so. Ist mein Kind jetzt abgehauen? Lebt das genauso wie ich? Ist das die Familientradition? Dass man einfach so lange zu Hause lebt, bis man ein bisschen überleben kann und dann haut man einfach ab. Weil man eine richtige Zivilisation aufbauen möchte. Und dann endet man genauso wie ich. Aber das war doch ein Mann, ne? Ich hab gar nicht drauf geachtet. Aber er heißt auf jeden Fall Gustav. Er, sie ist, heißt Gustav. So. Shortcheft und Bowdwell-Bow gleich Firebowdwell. What? Shortcheft haben wir. Und das jetzt mit dem Bogen zusammen. Und wir haben einen Bogen, mit dem man schießen kann. Guck mal, jetzt können wir jagen. Jetzt sind wir ein richtiger Sammler und Jäger. Jäger und Sammler. Unser Kind hat uns halt wirklich verlassen. Also entweder er ist tot, was ich mir auch gut vorstellen kann. Oder aber er macht sich eine eigene Zivilisation auf. Das ist Familientradition bei uns. Das ist Familientradition. Ah, Feuer! Feuer! Wir haben Feuer gemacht! Stimmt, das geht ja auch. Und da muss jetzt irgendwas rauf. Ember-Cheft, Ember-Cheft. Jetzt legen wir der Leaf rauf. Und jetzt? Jetzt brauchen wir dieses Unipart-Tinder. Ember-Cheft plus Leaf gleich Ember-Leaf. Ember-Leaf plus Unipart. Jetzt frennt das kleine Ding hier. Okay, okay, okay. Äh, Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Und da packen wir jetzt das Feuerholz rein, oder? Ja, ich hab ein Feuer gemacht! Ich hab ein Feuer gemacht! Ich hab Feuer gemacht! Juhu! Geil! Oh, hätte ich nicht gedacht, dass ich das noch hinbekomme in diesem Leben. Ich hab Feuer gemacht! Jetzt müssen wir das nur am Leben erhalten. Ja, wir haben Feuer! Wie cool! Oh, das freut mich, dass ich Feuer hinbekommen hab! Nach so langer Zeit! Oh, richtig das Erfolgserlebnis! Holy moly! Oh, ein neues Baby! Nein, ich will kein neues Baby! Zwei? Oh no! Okay, you are Fred! Das ist jetzt auf jeden Fall ein Männchen und du... You are Gustav! Gustav und Fred! So, kommt mit! Hier oben ist Feuer! Und alles! Ihr müsst das hier weiterführen, klar? Irgendwie! Ich bin mir nicht sicher, wie, aber ihr müsst! Tja, weiß ich jetzt auch nicht! Wieso... Zwillinge! Warum hab ich Zwillinge? Oh Gott, ich hab mich auf Hunger! Ich kann die nicht! Wieso guckt er so böse? Oh nein, das ist ein ungezogenes Kind! Oh shit! Nein, bitte nicht! Oh, jetzt guckt es wieder lieb! Ich glaub, das ist ein ungezogenes Kind! Ah, das kostet voll viel Energie, die zu füttern! Gustav und Fred! Unsere beiden süßen Kinder! Noch ein Kind! Ist das dein scheiß Ernst? Ich verhungere! Ja, lauf weg, du Kind! Lauf weg! Nein! Okay, mir egal! Nö, du stirbst! Ich verhungere gerade! Ich verhungere gerade! Ich bin wichtiger als du! Ist der schon tot? Ich kann den nicht aufheben! Oh! Tja! Dann bist du jetzt wohl tot! F, F! So, ähm, ja, egal! Drittes Kind tot, aber sonst wäre ich verhungert! Oh Gott, ich brauche auch mal wieder was zu essen! Hier gibt es leider nichts mehr zu essen! Und wenn ich die fütter, dann geht mein Hunger anscheinend sehr schnell runter! So wie ich das gerade mitbekommen habe! Die werden wahrscheinlich auch sehr schnell sterben! Ich will hier keinen Friedhof! Ich kann nicht mal das Zeug hier nehmen! Aber ich sterbe jetzt auch gerade! Tja, Leute! Oh, guck mal, die haben hier schon so einen Wob gemacht! Oder war ich das? Ich bin mir gar nicht sicher! Bist du ein Onion oder so? Oh, ich brauche meinen Chef! Ich brauche meinen... Oh nein, wo ist mein... Da! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das wird richtig knapp! Bitte, 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 nein! Bitte stirbt nicht, bitte stirbt nicht! Nein, ich werde sterben! Kann man das essen? Kann man... Mit 31 Jahren gestorben! Aber ich habe zwei Kinder zur Welt gebracht! Bitte überlebt! Gustav und Fred, ihr müsst dieses Leben fortführen! Ich habe dieses Leben nur für euch gelebt! Ihr werdet es schaffen! Gustav und Fred, ich bete für euch! Mein drittes Baby hat nicht mal einen Namen bekommen! Das kam aber auch sehr, sehr ungelegen! Gerade am Verhungern und dann kommt da so ein blödes Baby! Und am Ende bin ich trotzdem verhungert! Ich glaube, meine Kinder haben auch keine guten Chancen, weil ich mich nicht wirklich darum gekümmert habe, dass da genug Essen ist oder so! Aber ich habe ein Feuer gemacht! Ich konnte zwar mit diesem Feuer nichts machen, aber ich habe Feuer gemacht! Na gut, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge? Würde mich über ein Like freuen, wenn euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!